Hallo liebe Kinder und Musikfreunde, mein Name ist Georgi Pavlov und ich unterrichte an der Kreismusikschule in Kreis Akkordeon. Das ist ein bekanntes und beliebtes Instrument mit einer sehr großen Klangvielfalt. Es wird in vielen Bereichen der Musik eingesetzt. Angefangen von alten ländlichen Musik, internationaler Folklore bis hin zu Jazz und Pop. Ihr hört jetzt ein paar kurze Ausschnitte. Jetzt ein langsameres Stück. Musik 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 Wenn ihr mehr über das Instrument Akkordeon erfahren möchtet oder es einmal ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch in der Kreismusikschule Kreitz melden. Bis demnächst. Tschüss.